Mein Hase, mein Hase, Hase, ja, er läuft im ganzen Hof sogar. Der durfte überall laufen, ja, im ganzen Hof. Besorgt er sich sogar. Der Hase, 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 ja, hat im ganzen Hof sogar. Er ist immer reingesprungen, ja, wirklich, 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 ja. Und wenn er gefahren, Leute, ruft er in den Stall sogar. Ja, jetzt ist er gestorben, ja. Warum denn nur? Ja, das frage ich mich auf einer Tour. Warum ist mein Hase, ja, 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 gestorben, ja, das weiß ich nicht, ja, ja. Aber ich glaube, ich weiß es schon noch, ja. Die Frecherverbande, ja, die haben mir 46 Millionen, ja, gestohlen, gestohlen, ja, ja, ja. Und jetzt haben sie den Hase ermordet, ja. Und dann sagen sie zu mir auch, ja. Wenn's du nie echt aufgibst, ja, dann geht's dir wie ein Hasen, ja. Der Hase ist gestorben, ja, sag ich dir auch heute, ja. Und ich fürchte mich sogar. Nein, nein, ich fürchte mich nicht vor so einer Becherbande, ja. Sie haben mir, ja, mein 46 Millionen, ja, Euro, gestohlen, ja. Und jetzt leben sie so aus und braustig, ja, und jetzt vergiften sie meinen Hasen, ja. Die können mich in Asch lecken, ja. So eine Frecherbande gibt es überall noch, ja. Jetzt haben sie meinen Hasen vergiftet, ja. Und jetzt ist der Hase gestorben, ja. Und die sagen zu mir, ja, ja, ich bin der Nächste dran noch, ja. Haben sie sowas schon gehört, ja, die Verbrecherbande ist schon da. Überall in Städteldorf, ja, warten sie auf mich und wollen mich ermorden, ja. So wie mein Hasen, ja.